hallo zusammen und willkommen zurück auf dem schönen alienplaneten was davon ist keine ahnung irgendwo im weltraum bei half life 1 gut wenn ich das richtig gelesen habe wo mal nicht irgendwie shift und dann der tast ich habe ja shift gedrückt nicht schiff sondern steuerung gut wir sind schon mal ein stück weiter ich glaube sie speichern dabei jeden mal wo kommst du her dann lieber noch einmal warten bis das teil um die ecke kommt aus der steuerung dann leertaste dann kann man weit springen das wird mir noch was hier das ding kommt jetzt einfach mal runter springen dann ja 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 der dreht sich nicht um diese ab ich frage wie schnell es sind als er von da nämlich da rüber das war wohl nichts als man mich nicht auf dem gespeichert komische drehrichtung ich habe schon mal erzählt dass ich die geteilten sachen hasse jetzt wird es besser wunderbar das speichere ich auch gleich aus lauter freude das ist vielleicht der andere dann gleich noch einmal wir haben gegen so ein reiseteil ich glaube ich hier auf dem boden springen muss habe ich schon bald perfekt na 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 auf 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 ok es geht auch nach unten da unten was das ist das ist das ist wie nicht kaputt das ist binde nur zum schauen So ein Pool, sag ich jetzt mal. Au, au. Was ist das? Weiter. Ähm. Ja. Inzwischen sind wir, da ging es, glaube ich, nicht irgendwie in den Kern rein oder so. Vielleicht muss ich wirklich da in die Pfütze stehen. Bietet die Welt auch nichts mehr. Ich dachte, ich könnte da hochspringen. Gut, nächste Gelegenheit nehmen wir. Okay, der Sprung ist ein bisschen missglückt. Hier kommen wir dann runter. Hier sind wir dann auf 2.1 gegrungen. Ähm. Komm schon. Komm schon. Busch. Lauf, 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 lauf. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist genau nichts. Da komm ich rein. Okay, da hat man jetzt ziemlich viel Glück. Wie geht? Äh, ja, warte mal. Ich weiß nicht, dass man da irgendwie was reinsetzen kann. Hier auf. Aufmachen. Aufmachen. Ah, hier dasselbe. Dann komm, Kristall. Ah, hier ist alles. Und alles. Jo. Ich hab das mit. Und alles. Versteck. Wie geht es denn das? Oh. Irgendwie ein Wal. Ob ich da durchkomme. Ob ich da durchkomme. Ob ich da durchkomme. Ob ich da durchkomme. Geh, das ist! Ja. Wie hält der aus? Ah, jetzt macht er den Weg keinen. Gut, gut. Ja. War der Klaas, die lieben. Ähm. Dich auch lieb. Ja. 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 Ey, ruhig dich. Voll. Ähm, 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 ähm. Nicht schon wieder. Uh, Glück gehabt. Ah, hier heilen wir uns. Das ist ja praktisch. Okay, da kommen wir wieder nach oben. Lass den Scheiß. Was haben wir da? Okay, hier kann ich auch reinfallen. Mann, Mann, Mann. Mini-Headcrabs. Komm mal. Weg. Äh, von da sind wir gekommen. Dann gehen wir mal da lang. Toll. Das war's doch nicht. Äh, 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 so. Hier auch irgendwie wieder raus. Dankeschön. Ich hab mit. Rabbim, mit. Ich bin einer. Ich habe mit. Nein, Cat-Traps. Alter! Portal. Wo wir denn jetzt sind? Nein, Ringling. Nichts. Ich will jetzt mal nicht reinfallen. Aber auch nicht da runterfallen. Ja. Ja. Ja, super. Was ist hier schlecht, oder? Ich freue mich, dass die Seidenkampelöffnung ist auf der Seite. Gott sei Dank. Ich will das ein bisschen heilen. Ich will schauen, wie weit das hoch geht. Hoffen bis 100. 100, wunderbar. Ich speichere. Was haben wir getan? Gar nichts. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich habe hier eine Höhle. Guck mal. Lass mich. Hör. Lichter rein. Aha, jetzt sehe ich es. Ich bin mal weg. Das ist gut. Da geht es noch runter. Mit dem Schild. Ich weiß nicht, was da unten ist. Nicht, dass das ein leeren Fall ist. Geht. Hallo? Ja, da. Geht. 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 Machen wir mal da rüber. Wunderschön. Ich höre nicht, ob ich das richtig mache jetzt. Zielen mittlerweile. Er ist weg. Gut, wo müssen wir hin? Ich habe vorhin so einen Knoten gesehen. Doch da. Also wir sind nicht von da gekommen. Ey. Ich glaube es denn da sind wir doch hergekommen. Ne, von da hinten. Da. Alter, du gehst mir auf den Sack. Komm. Ich bin mal da drauf. So. Da ist still, ey. Wir kommen tatsächlich über den Hügel rüber. Wir kommen da noch. Ähm. Lass mich in Ruhe. Hat euch nichts getan. Die drehen nur da rum. Ja. Vielleicht so ein Flugsaurier. Ich weiß nicht, ob ich es von der Distanz her schaffe. Von da. Ich weiß nicht, ob ich es von der Distanz her schaffe. Hier rüber zu springen. Aber da sterbe ich doch. Kann ja mal speichern. Äh. Ja, fast. Ne. Nimm mich mit. Ziemlich schnell, ne? Oh, da geht auch gleich nach unten. Kann man das hinkriegen. Das ist auch daneben. Falscher Knopf. Äh. 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 Ich wäre drauf gewesen. Hätte fast klappen können. Nein. Nein. Gut. Da bin ich mal drauf. Dann will ich von hier. Da drauf. Da bin ich mal drauf. Passt aus. Passt aus. Ich kann jetzt reingehen. Komm, ich... Hey, das war richtig. Hey, nee. Das klingt wie die Stimme, wie von dem einen aus Black and White. Der allererste Gott auf der Startinsel, glaube ich. Kann das sein? Bäää! Äh, ja. Schön ist es, auf der Welt zu sein. Habe ich eine andere? Ja. Ich brauche ziemlich lange, immer zu nachladen. So. Gut wohl lang. Wahrscheinlich da rein, ne? Ja. Da durch. Das ist wohl der Durchgang vom Dampf wieder hinten. Okay, wir kommen da bei diesem... ...Raketenwurm raus. Darum gehe ich mal da lang. Keine Mistvieh. Was ist denn? Toll, ich habe keine... ...Raketenwürfe-Munitionen mehr. Leben habe ich auch nicht. ...Au, au, 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 au. Ich bin ein paar Mal getroffen. Na dann. Was haben wir noch sonst so? Ähm... Das ist so halbwegs aufgeladen. Ah, hat gereicht, aber es hat uns auch ein bisschen getroffen. Ungefährlich nicht mal so tragisch. Ich glaube doch mal, dass da hinten ist. Durchgang. Abgrund. Woh. Gut. Geh' hier durch. Wow. Woh. Was? Woh. Geh' hier mal. Geh' hier mal. Öhm. Okay. Ah. Ja. Zuerbar. Oh Gott. Das gibt es denn nicht wirklich, ne? Auch nichts. Hey! Ja, kleiner Bruch. Boah, er wird noch ziemlich knapp mit dem Leben. Warte, ich speichere hier mal. Ach, hier ist ein Spiel. Da habe ich hier nichts mehr. Ich gehe mal durch und dann haben wir vielleicht Glück und... Allein, wir nicht allein, wir nicht allein. Aha, nicht allein. Gut, jetzt sieht die aus, als ob sie in einem Rauschiff drin wären. Gut, aber wie es weiter geht, seht ihr natürlich erst in der nächsten Folge wieder. Ich sage wieder mal vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag zum nächsten Mal. Ciao zusammen! ... ... ... ... ...